Alle Jagdteilnehmer auf diesem Kreisbogen von unserem Kessel sind, dann treffen sich ja irgendwann unsere zwei revierkundigen Personen am Ende des Kreises hier oben wieder und dann passiert folgendes, es ertönt das Signal, das Ganze halt. Dieses Signal klingt genau so. Ziel ist es natürlich, dass alle Jagdteilnehmer, die sich auf dem Kreisbogen befinden, wissen, dass sie nicht mehr weiterlaufen sollen, denn sonst laufen sie aufeinander auf, was natürlich wieder unsere Abstände durcheinander bringen würde. Hier haben wir jetzt also unsere Formation hergestellt. Wir haben jetzt hier den Kreisbogen, wo wir im Abstand von 60 bis 80 Metern immer Schütze, Treiber, Treiber, Schütze stehen haben. Wir haben oben unsere zwei revierkundigen Personen, wovon einer mindestens ein Jagdhornbläser sein sollte. Wir haben hier unten den Jagdleiter und ganz wichtig, weil der Jagdleiter ja das Kommando über das Kesseltreiben hat, wenn man so will, sollte bzw. muss neben dem Jagdleiter auch ein Jagdhornbläser stehen. Denn dieser Jagdhornbläser ist im Prinzip das Sprechrohr des Jagdleiters. Das werden wir aber gleich auch nochmal sehen. Also wir sehen jetzt hier, die Formation steht. Und mit dem Jagdsignal, Anblasen des Treibens, beginnt nun das Treiben. Den Text von dem Jagdleitsignal, Anblasen des Treibens, kannst du dir ganz gut merken, denn er geht folgendermaßen. Treiber geht langsam voran, Treiber geht langsam voran, Treiber geht langsam vorsprichst, sehr gut merken. Und das ist jetzt eben das Zeichen für alle Beteiligten, wichtig für alle Beteiligten, das heißt für Treiber und für Schützen, auf diesen Mittelpunkt zuzugehen, den wir vorher definiert haben. Und ganz wichtig, die Flinten werden erst geladen, nachdem das Signal Anblasen des Treibens ertönt. Ja, also setzt sich nun unsere ganze Jagdgesellschaft, die sich auf dem Kreisbogen befindet, mit langsamem Schritt in Richtung Mittelpunkt in Bewegung. Und hier ist es auch wichtig, dass man auf seine Nebenleute achtet, denn wir wollen ja alle ungefähr in dem gleichen Tempo voranschreiten. Unsere Jagdgesellschaft nähert sich jetzt immer weiter dem Mittelpunkt, immer weiter dem Mittelpunkt. Und wichtig ist, bei dem Kesseltreiben wird ja auch in das Treiben, also in den Kessel, in diesen Kreis geschossen. Das bedeutet, wir müssen einen klaren Punkt festlegen, ab wann die Schützen nicht mehr in den Kessel schießen dürfen. Und das ist ungefähr bei 350 bis 400 Metern der Fall. Dann muss signalisiert werden, dass hier Stopp ist. Es darf jetzt nicht mehr in den Kessel geschossen werden. Und das erfolgt durch das Jagdleitsignal Treiber in den Kessel, beziehungsweise Treiber rein. Und das klingt folgendermaßen. Hier kannst du die Melodie ganz gut merken, auch wieder mit dem Text. Und zwar ist der Text Treiber rein, Treiber rein, alle schützen halt. Treiber rein, Treiber rein, alle schützen halt. Das heißt, es ertönt zweimal hintereinander. Wenn dieses Signal ertönt, bedeutet das also nicht mehr in den Kessel schießen. Was das weiterhin bedeutet, schauen wir uns gleich an. Zu Beginn nochmal eine kleine Erinnerung auch an den Themenkomplex Waffenkunde. Warum haben wir jetzt hier gesagt 350 bis 400 Meter Durchmesser und dann darf nicht mehr in den Kessel geschossen werden? Du erinnerst dich wahrscheinlich an den Kurs Waffenkunde, als wir die Schrotmunition kennengelernt haben. Und da hatten wir gesagt, der Gefährdungsbereich von Schroten ist die Schrotkorngröße in Millimetern mal 100. Das bedeutet, bei 3 Millimeter Schroten haben wir einen Gefährdungsbereich von 300 Metern, bei 3,5 Millimeter Schroten von 350 Metern und bei 4 Millimeter Schroten von 400 Metern. Bei so einem Kesseltreiben wollen wir hauptsächlich auf Hase, Fuchs, teilweise auf Fasanen jagen. Für Hase, Fasanen nehmen wir so 3 Millimeter Schroten, für Hase, Fuchs so 3,5 Millimeter Schroten. Das heißt, dadurch kommen diese 350 bis 400 Meter Durchmesser zustande, wann Stopp sein muss, wann nicht mehr in den Kessel geschossen werden darf. Und das wird eben durch das Signal Treiber in den Kessel, beziehungsweise auch Treibereien genannt, gekennzeichnet. Ja, und was bedeutet dieses Signal, also das Signal Treiber in den Kessel für dich als Schützen, beziehungsweise für dich als Treiber? Für dich als Schützen bedeutet das auf jeden Fall, du musst dich um 180 Grad drehen, denn es darf nicht mehr in den Kessel geschossen werden. Wie das Signal Treiber in den Kessel sagt, bewegen sich jetzt hier, wie du es auch sehr schön siehst, die Treiber weiter auf den Mittelpunkt hinzu und die Schützen warten jetzt eben auf nach außen hin flüchtendes Wild, was sie dann erlegen können. Das heißt, das Signal Treiber in den Kessel ertönt, die Treiber gehen weiter auf den Mittelpunkt zu, alle Schützen drehen sich um und es darf nur noch nach außen geschossen werden. Ganz, ganz wichtig. Ja, und nun kommt ja auch irgendwann der Punkt, wo die Treiber den Mittelpunkt des Kessels erreichen. An diesem Mittelpunkt ertönt dann das Signal Hahn in Ruhe und dieses Signal klingt folgendermaßen. Ja, und auch dieses Signal kannst du dir wieder gut merken, und zwar, wenn du dir den Text auch wieder ins Gedächtnis rufst und der Text ist Hahn in Ruhe, Hahn in Ruhe. Und dieses Hahn in Ruhe wird auch als Abblasen des Treibens bezeichnet. Wenn dieses Signal ertönt, weißt du, das Kesseltreiben ist nun vorbei und das bedeutet für dich als Schützen, die Waffe ist zu entladen. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner animierter Überblick über das Kesseltreiben und ich hoffe, du konntest wieder einiges Wichtiges mitnehmen und einiges Wichtiges lernen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.